Wie klingt Blasmusik? Sei ehrlich, wenn du an Blasmusik denkst, was fällt dir da wirklich als erstes ein? Schnellereteng und Uftata mit Pauken und Trompeten. Eins, zwei, Marsch und Los im Gleichschritt. Hört man so etwas heutzutage nicht nur noch im Festzelt? Diese Klischees kennt gefühlt jeder. Aber sie ist vielschichtiger, als man denkt. Zeit also, sich etwas umzuhören. Denn symphonische Blasmusik kann viel mehr, als man meint. Sie kann nämlich fast alles. Und dafür geben wir auch alles. Wir, das sind rund 75 talentierte Nachwuchsmusikerinnen und Musiker aus ganz NRW. Regelmäßig bei Arbeitsphasen und internationalen Konzertreisen, vereint durch jede Menge Energie und Spaß an der Musik. Ein Zusammenhalt, den man hört. Ein besonderer Klang durch jugendliche Spielfreude. Ich denke, das Feld der symphonischen Blasmusik ist ziemlich interessant. Vor allem auch für Zuhörer, die vielleicht noch nicht so einen Einstieg in den großen symphonischen Wert gefunden haben. Man hat meistens eine sehr frische Musik mit vielen Rhythmen. Und es gibt einfach Klangfarben, die man so einfach nicht kennt. Ich denke, man sollte sich ein Konzert von uns anhören, weil man eigentlich gar nicht enttäuscht werden kann, sozusagen. Ich glaube, das ist einfach irgendwie was Besonderes hier, weil man immer alle begeistert. Ich finde, die JPP klingt nach Zusammenhalt, Gemeinschaft. Definitiv, ich finde, man hört, dass wir alle Spaß haben, zusammen mit Musik zu machen. Ja, ich finde, dass es eigentlich auch ziemlich so klingt, was eben auch die Jungen-Bläser-Philharmonie ausmacht. Eben, dass man auch diesen Zusammenhalt, das Zusammenspiel auch sehr stark hören kann. Welche Wandbreite und Kraft die symphonische Blasmusik wirklich auszeichnet, das kann man am besten live in unserem Konzert machen. Die Junge Bläser-Philharmonie NRW bietet unnachahmliche, emotionale Erlebnisse. Wir entführen euch in eine unendlich faszinierende Welt. In unsere geliebte Welt der symphonischen Blasmusik. Wir entführen euch in eine unendlich faszinierende Welt.